Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die Region Arlberg. Neuer Monat, neue Jahreszeit. Der kommende Wetterwechsel fällt ziemlich heftig aus. Der Hochsommer wird vom Frühherbst verdrängt. Und an manchen Stellen erwartet uns binnen Wochenfrist so viel Regen wie normal im ganzen September. Da schauen wir noch einmal gerne zurück auf den letzten Augusttag, der uns noch einmal herrliches Wanderwetter brachte. Hier sattgrüne Wiesen auf unserer Livecam in St. Anton. Tief blauer Himmel, viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Ähnlich hochsommerliches Wetter in Lech am Arlberg auf unserer Livecam. Die Sicht sehr gut, kaum ein Stäubchen in der Luft. Das wird sich dann am Dienstag radikal ändern. Zuerst scheint da noch die Sonne in spülwarmer Luft. Die Temperaturen steigen bis auf 24 Grad. Aber dann kommen ab dem Nachmittag immer häufiger Schauer und Gewitter. Und die haben es in sich. Örtlich Platzregen, Hagel und stürmische Böen. Wandern und darüber hinaus auch noch suchen, entdecken, Abenteuer bestehen. Und vieles über die Kultur und Geschichte der Walser lernen, können kleine und große Gäste am Arlberg. Bewaffnet mit GPS-Gerät oder Smartphone gehen die Hobbyhistoriker heuer erstmals in Lechzürs auf Geocaching-Tour. Insgesamt drei verschiedene Touren stehen den Wanderern auf dem Tannenberg-Themenweg zur Wahl, die alle bestens für Familien geeignet sind. Nach erfolgreicher Ortung gibt es eine kleine Belohnung. Allerdings, das Wetter belohnt uns nicht so richtig am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Alle drei Tage zusammen viel Regen, Berggipfel in Wolken gehüllt, zeitweise Regen. Und wirklich äußerst tiefe Temperaturen, wenn man es mit den letzten Wochen vergleicht. Das ist herbstlich 10 bis maximal 14 Grad. Nur wenige Minuten vom Zentrum in St. Anton am Arlberg entfernt, können Wanderer und Bergfans losziehen in das malerische Verwalltal, das übrigens für den Autoverkehr gesperrt ist. Ein Ausflugsziel für aktive Mountainbiker und Spaziergänger. Vorbei an saftigen Wiesen, Wäldern, Bächen und dem Verwallsee verläuft das Tal eben und ist auch für Kinderwagen befahrbar. Am See befindet sich ein Spielplatz mit Feuerstelle. Hier ist Grillen und Toben uneingeschränkt möglich. Wen es weiter hineinzieht ins Tal, der kann vielfältige Touren mit Hüttenübernachtungen planen. Und für die Planung, was das Wochenende angeht, ist das Wetter nicht unwichtig. Wir sehen hier noch ein bisschen wechselhaft der Samstag ab und zu Regenschauer. Sonntag, Montag dann allmählich mehr Sonnenschein. Allerdings die Temperaturen, die kommen nur langsam in die Gänge. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne, erholsame Zeit bei uns in der Region Arlberg, auch wenn sich das Wetter nun eher von der nassen und kühlen Seite zeigt. Ich bin sicher, Sie machen trotzdem was draus. Viel Spaß und Servus!